Ach, guck mal, wie schön. Jetzt haben wir hier einen schönen gefluteten Teich. Es ist, ähm, ja, sehr idyllisch hier. Hier möchte man gerne seine Freizeit verbringen. Hier kann man gut abspannen, ein bisschen aufs Wasser schauen. Ach, wie schön. Hm. Ja, der sieht wirklich nicht gut aus. Kann ich mit dem noch reden? Hallo? Ich muss der Kouverneur in Familie Island retten. Hm. Unhöflich, der antwortet gar nicht. Aber wir können jetzt seinen Seidel mitnehmen. So. Gut. Weiter geht's. Ähm. Wo machen wir weiter? Hier konnte man noch mehr machen. Als nur hier. Ja, Junge, hier ist es immer noch unglaublich heiß. Ähm. Hier konnte man noch mehr machen. Hier konnte man nämlich diese Fußstapfen nach oben folgen. So. Und finden hier noch einen Zettel. An die Monkey Island Kannibalen. Bitte nicht mehr bewegen. Es ist sorgfältig ausbalanciert. Herman Toothwort. Aha. Ein primitives Kunstwerk. Entweder ist es eine reflektive Inkarnation des Weltbildes oder ein Brett und ein paar Steine. Hm. 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 Okay. Wir können hier noch ein bisschen höher gehen. Wir lassen uns erstmal genau so stehen. Und wow. Sind dann hier auf dem Gipfel. Und kriegen Besuch. Hallo Herman. Ich kann diese Aussicht nicht oft genug genießen. Ach. Obwohl ich sie schon seit 20 Jahren auswendig kenne. Und obwohl es die einzig gute Aussicht auf dieser Insel ist. Ja. Ich muss auch sagen. Ich finde die Aussicht ist wirklich, wirklich schön. So. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe immer noch dieses dringende Geschäft. Wissen Sie? Ja. Ich auch. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Ja. Gut. Hier ist nur ein Haufen Steine. Da ist ein Stein. Was haben wir hier hinten noch? Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. You've really screwed up this time. Guess you'll have to start over. Hope you saved the game. Huch. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Ja. Für die Leute, die das nicht kennen, das war ein kleiner Seitenhieb auf die alten Sierra Adventure Games. Wo man alle Nase lang wegen irgendeinem Blödsinn speichern konnte. Äh, nicht speichern konnte. Das auch. Aber wo man vor allen Dingen alle Nase lang sterben konnte. Wenn man dann nicht gespeichert hatte, ja, dann hatte man echt Pech gehabt. Hehehehe. ein kleiner, kleiner Seitenhieb darauf. So, hier haben wir einen Stein. Was kann ich mit dem machen? Erstmal anschauen. Oh, der sieht so aus, als läge er absichtlich hier. Dann nehmen wir den nochmal mit. Den will ich nicht. Dann drücken wir da nochmal runter. Oh. Und Bounce! Äh, hoppla. Ja, das war unser Ticket nach Hause. Aber die Crew hat es nicht anders verdient. Sie hat es nicht anders verdient. So, wir legen jetzt hier einen neuen Stein hin. Und dann schauen wir doch mal, was wir da alles mit treffen können mit diesem ja, mit dieser Katapultvorrichtung. Huch, ein neuer Zettel. Mr. Toothward, bitte entfernen Sie dieses gefährliche Objekt. Lem hat einen Stein von der Klippe fallen lassen und beinahe jemanden getroffen, der eine Schaukel am Bananenbaum anbringen wollte. Die Kannibalen. Hm. Kann ich das, wo, in welche Richtung kann ich das denn hier bewegen? Dahin zum Beispiel. So, wir probieren jetzt hier alles mal aus. Ich hab ja Zeit. Ich hab ja Zeit. Ähm. Vielleicht kann ich ja auch mit dem Fernraum mal gucken, in welche Richtung zielt das jetzt? Von hier oben sieht der Ozean sehr schön aus. Und rechts schwimmen ein paar Trümmer. Heißt das denn, ich ziele jetzt hier gerade auf den Ozean? Hui. Platsch? Hm. Zu weit weg für Platsch. Gut, aber das war schon Richtung Ozean. Okay. Kann ich das noch weiter wegdrücken oder war dann hier Schluss? Nee, weiter geht's nicht. Okay. Dann ziehen wir es mal zurück. Das hatten wir gerade. Das probieren wir jetzt. Also wieder ein Stückchen hoch und nochmal durchs Fernrausch schauen. Ob wir jetzt wo anders hingucken? Links schwimmen ein paar Trümmer. Und der große Baum am Strand ist rechts. Ah ja, er sagt uns tatsächlich etwas anderes. Das scheint also zu funktionieren. Und boink. Wo schießen wir jetzt hin? Hui. Okay, das war tatsächlich ein bisschen mehr in diese Richtung. Der Schuss gerade ging ja mehr so hier hin. Hm. So, und noch einmal ziehen. Nein. Halt. Falsch. Halt. Hä? Nein. Hä? Ziehen. Jetzt bin ich verwirrt. Bei dieser Einstellung sind wir, ne? Ja, die hatten wir noch nicht. Ja, das ist, wenn ich rechte und linke Maustaste verwechsel. Dann macht er komische Sachen. So, Stein liegt da wieder. Einmal durchs Fernrohr schauen. Ich schaue genau auf den großen Baum am Strand. Ja, ist ja interessant. Treffen wir den auch? Das wäre schon ganz cool. Und. Wuff. Haha. Sieht aus, als hätte ich einen großen Bananenbaum am Strand getroffen. Boah, die Chancen dafür sind sicher 1 zu einer Million. Cool. Ehrlich? Direkt mal nochmal probieren. Vielleicht treffe ich den ja mehrmals. Und. Tuck. Und zack. Na, nah dran, aber trotzdem daneben. Tja, das kriege ich wohl nicht nochmal hin. Okay. Aber immerhin. So. Geht das jetzt hier noch weiter? Was kann ich hier alles noch treffen? Ich bin ja jetzt auch neugierig und will alles ausprobieren. Das sind dann auch so die Feinheiten, wo ich gar nicht mehr so genau weiß, was ich hier noch alles treffen kann. Vielleicht. Na? Wow, was für ein Dschungel. Links ist der große Bananenbaum vom Strand. Okay. Ein Schuss in den Dschungel. Nein, dafür muss ich doch gar nicht runter. Hier muss ich bleiben. Also, Stein nehmen, da hinlegen und wieder runterdrücken. Zack. Hui. Ja, ist hier gelandet. Ich frage mich, ob wir einige Steine gleich noch, ähm, ja, wiederfinden. Ob die an irgendwelchen Orten liegen, an denen wir auch vorbeikommen. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Wie viele Einstellungen haben wir noch? Ist das die letzte? Nein, zwei noch. Okay. Weiter geht's nicht. So, und nochmal hier ziehen. Zack. Und wieder hoch. Ich hoffe, ich langweile euch nicht damit. Und selbst wenn, dann müsst ihr jetzt durch. Hihi. So, wo schauen wir jetzt hin? Der Dschungel ist sehr dicht. Ich sehe nur ein paar Tiere, die sich gegenseitig fressen. Auch schön. So. Und hinab. Hui. Der war jetzt hier ganz weit vorne. Und ein letztes Mal, dann haben wir es ja auch geschafft. So, nein, hier drücken. Zack. Und hoch. So, ein letztes Mal schießen wir jetzt das. Katapult ab. Gucken noch kurz, wo wir jetzt hin zielen. Hey, ich sehe den Speer von Mealy Island. Er schaut genau in meine Richtung. Was? Ernsthaft? Hahaha. Na komm. Treffen wir den? Hui. Haben wir den jetzt getroffen? Aber der ist doch gar nicht hier. Ich sehe den Speer von Mealy Island. Schaut genau in meine Richtung. Hehehe. Okay. Aus meiner Sicht hat es sich genau dafür schon noch gelohnt. So. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg runter und gucken, was die Insel jetzt sonst noch zu bieten hat. Hier ist es immer noch heiß. Und wo geht es zurück? Hier. Gehen wir zurück zum Dschungel. Gehen wir zurück zum Dschungel. Untertitelung des ZDF, 2020